Herr Heiler, der neben seinen Heilerfähigkeiten auch noch tiefes Wissen um physikalische, zumindest physikalische Gegebenheiten hat. Er ist schon eine besondere Persönlichkeit. Renzo hat ein Verfahren entwickelt, wie man mit Licht, ja ich sag mal, zaubern kann. Es ist eigentlich ganz einfach, aber es steckt eine etwas kompliziertere Physik dahinter. Ich will dazu nicht mehr sagen, ich kann da gar nicht mehr dazu sagen. Renzo, bitte, du bist dran. Hallo, guten Morgen. Eine Frage im Raum, da war vorhin so ein schönes Schild, Handys bitte ausmachen. Habt ihr sie ausgemacht, die Handys? Weil hier haben wir einen ganz speziellen Effekt, da sind ganz viele Spiegel. Und dann verstärkt sich diese Strahlung extrem. Biofortunal Relignment Mirrors und Light Kinesology, so haben wir es getauft, sind entstanden in einem Moment des Hilfesuchenden. Und derjenige war ich selbst. Was war da geschehen? Ich gehe jetzt hin und habe einen Spiegel und da ist noch ein Spiegel. Was ist der Unterschied zwischen den Spiegeln? Das ist immer so die Frage im Raum. Es gibt da ganz verschiedene Qualitäten. Die Lichtkinesiologie ist eine Methode, die uns eine fast medizinfreie Medizin ermöglicht. In der Lichtkinesiologie arbeiten wir im oder mit dem Lichtkörper und suchen nach Faktoren, die die Regulationsfähigkeit einschränkt. Aber können wir die heilenden Hände nachbauen? Das wird auch mal was. Ersetzt es deshalb den Heiler? Nein. Aber es macht uns zu besseren Heilern. Weil wir haben eine neue Maschine bekommen, neues Werkzeug, neues Spielzeug. Durch die Möglichkeit, den Stress im Körper zu reduzieren und ihm dadurch deutlich mehr Energie für die alltägliche Regulation zur Verfügung zu stellen, ist es uns gelungen, auf den Gesundheitszustand positive Einwirkung zu haben. Die Rückinformierung des Feldes durch diese kohärenten Bio-Photonen sind tiefe Behandlungen möglich und einfach geworden. Alles wirkt zusammen. Es gibt nicht die Pille für das eine. Es muss alles gesamtheitlich sein. Ihr könnt doch das Wort infizieren nicht nehmen. Das ist doch schon negativ belastet. Ich sage doch. Wir benutzen es, weil wir es positiv umdrehen. Wir infizieren ein inkohärentes Feld mit Kohärenz. Unter dieser Voraussetzung ist Ordnung erst möglich. Die Spiegel sind aus verschiedenen Metallen. Der funktioniert nach dem Prinzip der Sättigung. Kohärenz ist der Zustand eines Systems, wenn Regulation nicht mehr anwesend ist und nicht mehr gebraucht wird. Licht ist Geheimnis höchster Effektivität. Maximale Verstärkung kann man sagen. Und höchster Effizienz. Minimale Verluste. Was wir uns immer gewünscht haben ist, dass der Patient nach einer Behandlung möglichst wenig Arzneimittel einnehmen muss. Das ist uns durch die Lichtkinezologie weitgehend gelungen. Weil der Ablauf löst ganz viele Sachen auf, dass wir ganz am Ende wirklich nur noch Beindemittel oder solche Sachen testen. Linear abstrahlende Wesen. Dass wir lineares Licht abstrahlen. Wir gehen hin und machen erst die Beine gerade. Weil wenn wir das entlasten, dann brauchen wir da nicht mehr dran zu arbeiten. Bei einer Erstbehandlung brauchen wir so circa zwei Stunden, eine Stunde 45, wenn wir gut sind. Und dann kann man eigentlich sagen, der Patient hat den ersten Bulldozer-Effekt. Man geht da wirklich durchs Feld durch. Man löst Sachen auf. Applaus Man geht da wirklich durchs Feld durchs Feld.